hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von champions of regnum es hat sich irgendwie etwas optisch gemacht und sind sehr viele spieler am eier suchen es hat sich endlich was gemacht ich bin der fröhlichste mensch auf erden bei regnum wieder das gemacht wurde ja guten tag ich bin jetzt gerade so ungefähr um zehn uhr fünf online also am morgen weil ich habe gelesen ja jetzt ist das update rausgekommen endlich das oster event update und jetzt suchen wir mal wir gehen genau hier wo die spiel schon waren also hier werden wir noch keine eier finden eventuell ich hoffe die sparen endlich mal ein bisschen schneller aber gut die entwickler haben etwas gemacht optisch hat sich sachen gemacht aber habt ihr gesehen irgendwie wurde mein login bonus wieder resettet also scheinbar haben sie das jetzt wieder so gemacht dass wir wieder alle bei tag 1 starten oder war gestern einfach das siebte tag und jetzt stehen einfach wieder tag 1 wie immer also ja eigentlich ja logisch wir könnten gleich noch ein paar loot boxen öffnen ja das war der gestrige die gestrige loot box und irgendwie alles ein bisschen kleiner geworden die schrift und so leichtes pferd für eine woche das ist der größte mist eisenerz gut ziemlich gut für mich aber wir müssen also ich muss nichts mehr kräften das ist es wieder nicht so gut ja magnet stück das ist das beste oder ja express kreuz wobei wollen wir denn hin dass wir eier finden ich gehe mal hier hoch auf den vulkan in diesem park einfach ein bisschen ost event machen eier suchen und ein bisschen quatschen also für alle leute die natürlich das nicht sehen wollen dürft ihr gerne und wird ein bisschen seitlich überspringen also das video ein bisschen weitermachen vielleicht passiert dann etwas aber ich möchte euch einfach mal zeigen was man so bekommen kann also eigentlich haben sie es schon geschrieben bei steam man bekommt magnaniten unglücks kisten jetzt frage ich mich wie viel hier oben ist leider auch keine tue müssen noch ein geduld haben beim finden von dingen weil viele spieler halt jetzt momentan echt ja die rechnung spiele sind immer am süchtigsten ich habe das gefühl ich als gelegenheits spieler habe echt gar nichts davon weil so viele mega süchtig sind wieso gehst du jetzt hier hoch hier wollte ich hoch ja cool dankeschön man die spieler nerven einfach ständig okay sie werden nicht aufgesammelt was 88 magnet stücke übertrieben wieso komme ich hier nicht hoch das ist technisch nicht möglich ja genau noch mal schau schauen okay okay regnum nervt wieder wenn man ostereier sieht und nicht erreichen kann aber das ist klar das haben die entwickler verbrochen 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 was ich hey wieso rutsche ich von überall runter haben dieses noch mehr verstärkt ich glaube es ja nicht wir kommen so viel falsch an dass ich bald noch sterbe aber gibt jetzt mal die eier so spiele wo ich noch nie gesehen haben sind plötzlich wieder online das ist so cool einfach durch die events das ist einfach mehr passiert die hat jetzt ein bisschen viel schaden bekommen habe ich bekommen komme jetzt einfach nicht so ja genau wegen einem meter runterfallen 200 schaden ok es nervt gerade ein bisschen für mich sehr weil das einfach auch auf kosten der zeit geht oder jo der andere macht nichts hilf mir doch du bist schwer ich bin nur leicht ja gut die leute nerven wieder nur deshalb hat regnum auch so wenig spiele weil die leute immer nur nerven die anderen reichen also es ist einfach so die eier gibt es nur äh in der worsen wären sie nicht in der worsen wären die entwickler viel sympathischer das ist das größte problem also es ist eigentlich eher so dass die entwickler wirklich viel falsch machen und dadurch regnum eigentlich gar nicht so beliebt ist würden die entwickler einfach nicht viel so falsch machen wäre das spiel tausendmal beliebter aber es wurde ganz klar auch gesagt in meinen kommentaren irgendwo also von einem video ich kann jetzt das video nicht sagen aber glaube ich ist der letzte part die leute die entwickler müssen endlich mal die warzone mit den events trennen nur so sind die spiele wirklich motiviert und die sucht ist nicht so im vorteil wenn die sucht ist dann echt auf worsen verzichten müssen weit laufen müssen und so dann sind die events auch nicht immer so broken ähm ja nervig oder also es ist ja es ist erstmal zu viele events immer also eigentlich jede woche ist irgendwie ein event oder dann die machen keinen spaß und sie verpflichten uns zu arbeiten ich möchte keine eier einfach aufsammeln ich möchte sie finden ich möchte belohnungen bekommen die auch das wert sind sie zu finden und nicht einfach so random spawns also ich sehe jetzt wirklich sehr wenig eier also ja eigentlich auf dem vulkan sehr viele eier und hier sehr wenig eier und es macht einfach nie spaß nach weihnachts beim einsamen war einfach immer extremst nervig aber gut sind die entwickler die machen die meinen ja jeder spieler sei so wenig verwöhnt wie möglich so schlecht wie möglich ja dass alle spieler so schlechte sachen wie möglich aushalten und so sagen aber das ist es nicht also ich als wirklich toller fan bin halt mehrheitlich von den events völlig gelangweilt und genervt also ich würde jetzt wirklich gar keine magnoniten sammeln wollen aber gut wer es braucht eben der macht es halt aber ja wer es nicht braucht der muss es wirklich nicht machen weil es ist ja nervig und es sind viel zu wenig eier auf einem ort also es wird wahrscheinlich sehr schnell wieder weg benutzt werden also dass viele spiele einfach immer sie sehen und dann weg sind und das spiel kommt nicht nach das ist genau gleich wie mit den gargools das spiel spawns die sachen viel zu langsam neu das ist der haupt kritik punkt das habe ich wirklich ja morgen mal eine aufnahme machen wollen und bin schon nach fünf oder zehn minuten enttäuscht man hat auch wirklich auch wieder die spieler mega nerven weil sie die ganze zeit spieler angreifen die nicht war so machen wollen das ist so aber die bekommen ja ihren lohn dafür über noch mehr zu nerven aber positiv ist halt dass ja nicht kann man einfach nichts machen ich finde es halt einfach doof man sollte wirklich endlich mal ein paar gamemaster einstellen die ein paar spiele die wirklich schlecht spielen also nervig spielen einfach ballen fertig einfach aus dem spiel ausschliessen aber es kann doch nicht immer sein dass man ständig von irgendwelchen iglen oder syrten gekillt wird wenn man irgendwas sucht man greift ja die nicht an dann sollten die eigentlich auch nicht angreifen können es ist einfach viel zu nervig und ja jetzt sind immer events dadurch bin ich immer mehr genervt es staut sich es ist extrem oder mal ein bisschen leveln können nein es leveln zu viele monster am gleichen platz äh spielen auf dem platz und greifen die monster weg also dass sie wirklich weg sind killen die monster zu schnell es ich kann nicht mehr leveln ich kann nicht mehr events aushalten weil wir events da sind ich kann eigentlich momentan einfach nur glück haben dass ich wenigstens viel zeit habe zum spielen wenn man braucht sehr viel zeit verregnungen und sehr viel frustresistenz das ist leider so aber dafür macht das spiel auch vieles richtiges also die motivation ähm mich so zum spiel zu zwingen das ist einfach diese gute sache und einfach dass die qualität jetzt auch wieder besser ist motiviert mich sicher auch sehr viel nur dass ich jetzt einfach gerade wieder so genervt bin ist halt nicht so toll und wo sind die eier denn sonst noch es gibt keine eier mehr sie sind nur am vulkan oder was wo sind denn die eier man ich bin wieder genervt ich bin ich bin äh motiviert ganz sehr motiviert aber auch genervt und das macht so einen ganz komischen spielrhythmus also dass ich immer ständig wieder so so hacken habe oh ich nerv mich wieder über etwas aber das spiel eigentlich immer liebe ich mag doch das spiel so sehr nur eben hätte ich das schon gerne ein bisschen besser kann doch nicht sein dass die entwickler immer noch nichts machen wollen auch gut ich habe jetzt keine information bekommen wahrscheinlich gibt es jetzt schon das level 60 gebiet auch in diesem update nichts gehört aber ich denke eher nicht jetzt haben sie einfach mal ein optisches update gemacht das ist toll mindestens optisch und jetzt bin ich eigentlich sofort wieder fröhlich oder? so ist es in der Rechnung gibt es viele Sachen die einfach nerven aber eigentlich immer viele Sachen die wieder fröhlich machen so aber bitte jetzt endlich mal wieder ein Ei jetzt haben wir ein Ei einsammeln können und ein Tod gehabt das ist für mich nicht Rewarded so Rewarded stimmt einfach gar nicht das ist das Hauptproblem und es sind wirklich sehr viele spieler am suchen ja das zeigt eigentlich die spieler sind auch alle recht motiviert solche Sachen zu suchen aber ich denke das sind halt arme Argentinier meistens oder arme Deutsche die jetzt nicht so viele gute Spiele kaufen können oder so und deshalb sind sie trotzdem motiviert aber ich wo halt als Let's Player recht viele Spiele auch kaufen kann und will und halt von anderen Spielen mehr verwöhnt werde das ist halt nicht so dolle würde gerne dass es das Tolle ist aber es kommt halt nicht so gut ja wie komme ich denn dort hoch? ich habe ein Ei gesehen aber immer nur alle Eier die wo man nicht hinkommt das ist ein Knochen, den brauche ich nicht hm, also Osterei suchen ist nicht so dolle kann ich verstehen ist ja auch nur ein Schrott-Event ich bin wieder sarkastisch, also ich werde ihn nicht so ernst nehmen, wenn ich manchmal nörgle aber es ist natürlich schon klar, dass es schon viel besser sein kann es ist sicher wieder diese scheiß mage Exeter und immer noch da ja gut, ist er weg ich hoffe, er wurde gekehlt Bombs habe ich auch noch nie gehört also ich denke, es tun viele jetzt auch wieder zocken neu endlich mal wieder ein Update seit Weihnachten oder ein Event, wo man etwas suchen muss aber eben weil es alles random ist, verstehe ich auch nicht, wieso man jetzt danach sucht für mich hat es keinen Sinn, außer meine Gier zu befriedigen was ist jetzt los? ok, mein Mikrofon hat plötzlich keinen Sound mehr gemacht hm, sollte eigentlich aber noch gehen OBS steht noch, dass der Sound an ist also dieser Balken, der mir hier links und rechts geht aber wo gibt es denn Eier, ey? ich kann doch nicht nur ein Ei zeigen pro Part das ist für euch auch zu langweilig was sind denn Eier? es ist momentan einfach zu viel, also das Event ist zu neu also ich zeige gerne dann im nächsten Part mehr und tue jetzt einfach Leveln noch ein bisschen zeigen, wie ich Monster kille oder so oder komm, machen wir einen kürzeren Part aber, ja kein Ei los tut mir leid aber eben ich möchte euch jetzt nicht unbedingt alles zeigen, wie ich kein Ei finde ich möchte dann, ja denke ich mal so gegen ein, zwei Uhr nochmals ein Video machen und dann vielleicht auch mehr Glück haben mit Eier und wir gehen jetzt mal hier hinten sagen ich möchte schon immer 30 Minuten Parts machen oder 20 Minuten Parts wenigstens nur eben, wenn nichts gefüllt ist im Video man wirklich gar nichts machen kann ja, ich muss heute Livestream machen, wie wir Eier suchen genau und dann könnt ihr mir helfen und sagen, wo die Eier sind und ich kann euch helfen, wo die Eier sind indem ich es auch sage natürlich euch und so können wir unterstützen dann machen wir heute mal einen Regen im Livestream Tag aber ihr seht's keine Eier Drago ist ganz alleine ohne Eier er ist es nicht würdig Ostern zu feiern weil es auch kindisch ist natürlich weil ich schon erwachsen bin und eigentlich keine Ostereier sammeln müsste aber so ist es ins Spiel muss dann natürlich immer Ostereier so sein die Kinder, äh die, die Erwachsenen werden alle zu Kinder das ist leider schon aber man könnte ja mal so Killer Eier einbauen mit Blut dann wird es jetzt so erwachsen sein aber die Entwickler wollen also natürlich so kinderfreundlich wie möglich machen ja gut das ist schön finde ich jetzt gerade, weil ich jetzt gerade kurz nachgedacht habe und dann dass die Namen endlich mal ein bisschen kleiner und schöner aussehen dass man die Namen besser lesen kann also die jetzt nicht so, weil sie rosa oder pink sind aber andere Sachen zum Beispiel die Spielernamen, die Orangen und Grünen die sieht man recht gut und die Heilblauen auch ziemlich ja, gut dann finden wir halt keine Eier mehr pfff, ein Ei in einem Part in ähm 17 Minuten ein Ei gefunden Entwickler macht doch das bitte besser immer diese Gier von den Entwicklern das ist extremst einfach diese, ähm, ja dass sie uns motivieren ein Event zu machen aber, ähm ja, viel zu wenig rein macht dass wir noch gieriger werden oder? wenn keine Eier zu finden sind müssen wir natürlich immer länger zocken und mehr Geld ausgeben oder so ist einfach diese mega Geldgier von den Entwicklern wenig arbeiten und dafür für viele ja viel Geld verlangen, hm? ach, liebe Entwickler bitte ich werde manchmal echt ein bisschen gezwungen aufzuhören mit der Rechnung weil sie einfach die entwickeln wollen weil sie es einfach nicht gut machen hm hm wir müssen wirklich Entwickler mega wenig machen sind die nicht gebunden irgendwie an Erfolg an Nettigkeit denke schon also wenn ich jetzt so bedenke Rechnung ist jetzt nicht gerade so ein gutes Beispiel aber andere Spiele zum Beispiel sagen wir League of Legends das war ja ein Game, das ich 2013 recht lange gespielt habe aber nicht ein Erfolg den ich brauchte hatte weil, ja, das Matchmatic System damals noch nicht so gut war und eigentlich immer wieder verloren habe dadurch, dass die Mitspieler so schlecht waren und die Gegner so gut waren ja bin ich dann einfach, äh, immer wieder enttäuscht gewesen weil das Balancing so mega katastrophal schlecht ist in Rechnung ist es ja auch ein bisschen schlecht aber, ja, ein bisschen aber ich meine einfach, es stört nicht so aber in einem PvP Spiel, wo es wirklich um Runden geht ist es viel schlimmer aber, die haben heute immer noch mega Balancing Probleme schaut euch mal ein paar Videos von YouTubern an die darüber reden oder so Ninja Legends immer noch katastrophal unbalanciert und, ja, Rechnung auch, aber ein bisschen weniger und, ähm, das macht halt einfach was ich kann nur einmal ich habe 8 Magneten bekommen, also ich habe schon geklickt äh, aber das stört uns Spiele eigentlich nicht mehr so das ist halt meine Kritik weil ich auch ein bisschen Perfektionismus verlange von den Entwicklern oder wenigstens ein bisschen mehr ähm, Vorbereitung bis hier etwas reinbringen weil Patches kommen raus, alles verpackt Patches kommen raus, alles verpackt und das ist jetzt nicht so die Qualität, die ich gerne hätte tja also, äh, optisch ist ja jetzt gar nichts verpackt also die Namen und das sind alle gut zu lesen das ist das Ei, das wir genommen haben, gell? naja, ja der andere sieht das Ei nicht doch jetzt hat er es gesehen hehehehe aber manchmal kann ich auch ein bisschen frech sein aber gut ah, ich bin halt kein Sunnyboy hehehehe nein, so Witze kann man ja machen, wenn man nicht andere damit beleidigt aber muss es halt auch akzeptieren können, oder? ich werde ja auch immer wieder ein bisschen gemobbt also einfach ein bisschen schämisch angemacht ja, der Drager, der hat wieder etwas nicht Katzen, naja wo sind die Eier? Ich sehe sie nicht ich habe erst zwei Eier einsammeln können und mehrere gesehen aber, ja, es ist es ist schellig, ja aber weil es so viele gute Sachen gibt, gute Spiele gibt und so vor allem halt auch einfach auch negative Sachen mehr auf das ist das Problem, das ich momentan habe ich spiele gerne Regnum, Minecraft äh, The Elder Scrolls Online und so weiter GTA Online ist ja auch mega verpackt und unbalanciert und so aber die guten Sachen fallen nicht mehr so auf weil die guten Sachen wirklich auch drin sind sonst würden wir ja gar nicht spielen nur, eben viele Leute haben einfach irgendwie das Problem, dass sie nicht gerne negative Sachen hören ich höre gerne negative Sachen aber es wäre ja auch besser, wenn ich positive Sachen, oder mehr positive Sachen höre nur ist es jetzt z.B. bei Champions League auch ein bisschen ja, mehrheitlich halt negativer also, nein, es ist schon noch viel mehr positiv aber eben die negativen stechen halt auch mehr raus und das ist jetzt in solch einem Part, wo ich jetzt wieder nicht viel spielen kann, nur Osteier sammeln kann halt auch schwer also nicht wundern, wieso der Part jetzt wieder ein bisschen negativer war vom Spiel heraus, also fürs Spiel aber, ja, das muss halt auch einmal gesagt werden und so weiter ihr seid ja trotzdem wahrscheinlich auch nicht so mega Fan, oder? also, äh, entweder halt ein bisschen süchtig nach dem Spiel aber, so mega Fan seid ihr ja auch nicht, dass ihr das nicht gerne akzeptiert ich habe ja vor, äh, einem Tag ein Video gemacht über ein Boss Kill hätte gedacht, ja, es würde euch gefallen aber, drei Dislikes über Nacht bekommen dann dachte ich einfach, wieso? wieso schauen die denn das überhaupt? wieso wollen die denn überhaupt Disliken? ja, das ist auch etwas Negatives, oder? das ist, ähm, ja, für mich nichts Schlimmes aber, wieso wird jetzt ein Video Disliked, wo ich zeige, wie ich mit anderen Spielern ein Boss kille ist es vielleicht langweilig gewesen? okay, dürft ihr es gerne schreiben dieses Video ist langweilig aber einfach Disliken und mich so ein bisschen verbieren lassen ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich seid ihr es gar nicht gewesen sondern wirklich fremde Leute oder eher nicht so fremde ich weiß nicht, ich habe jetzt mal eine Abkürzung hier runter genommen aber es hat sich nicht gelohnt, weil wurden wir langsam, sind wir jetzt langsamer geworden? weiss das jemand? also es sieht so aus, als würde ich jetzt wirklich ganz verlangsamt werden, wenn ich so viel Schaden bekomme durch Fallschaden wurde das jetzt geändert? kann mir jemand einen Link zu den Patchnot weil in Discord komme ich ja nicht mehr rein also kann ich die auch nicht mehr so schauen kann mir da irgendwie jemand vielleicht ein Screenshot oder so posten bei Discord ja, die machen gar keine Patchnot, oder? ich glaube die machen gar schon seit lange nicht mehr also seitdem dieses New Down äh ja, New Down Entertainment heisst der Entwickler, ja mit einem neuen, äh, Ding, der mega nervt also wenn ihr jetzt ins Game reingeht dann bekommt ihr so ein Mega-Plopp-Geräusch das nervt irgendwie mega ja, ja ja, ja aber gut, das sind die Entwickler die müssen auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen mit dem Geneve ja ich nehme noch die Spiele ah, Bären! das ist in der Schweiz den kenne ich, glaube ich, vom Namen her also der ist mir schon wieder was habe ich den zu Gesicht bekommen so ja, glaube ich, meinem Vater zu da ist noch ein Spieler Kuskador Asirio hast dich Kuma? die kann ich auch folge ich ihr mal, äh ich geh oben durch weil ich will ja oben auch irgendwie ein Ei kommen Bombs ja, ihr hört es wahrscheinlich nicht aber hey, man klingelt die ganze Zeit oh, das sind Ausländer, ok gar nicht so gut Deutsch so richtig interessant, was so passiert im Haus ja, ich bin jetzt in der Aufnahme sonst geh ich immer um die Klingel also, um zu hören wer es ist aber schon losstieg manchmal wenn ihr ein Kanal Juju 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 al-Juju Winkle dann ist leider ein paar wieder weg also vorbei denke ich ja ziemlich bald sorry das ist ein bisschen langweilig war kann halt manchmal passieren wenn wir erwähnt zu machen also okay da hat jemand sich teleportiert dieses kippen die leute geld aus für teleporten oder komi die das geschenkt manchmal über ich denke schon manchmal geschenkt er ähnlich mein das wieder erreichbar ist mit fallschaden verbunden und glück ist der bronze ein super ende risto gut der perfektion glückspilz wow und den können wir auch tragen also das ist auch an unserem level toll das ist jetzt wirklich ein upgrade 176 192 wow ok ich werde noch ein bisschen mehr aus eier suchen wenn das schon mit einer glückkiste bronze belohnt wird immerhin das ist die schlechteste die schlechteste dialog in bonus kiste haben wir leider keine mehr wie hieß die muss ich da noch mal schauen ja also dann bis zum nächsten mal euer drago basler tschüss auch wir sehen cool aus tschüss